ARD Text im Auftrag von Funk Die Wiedergutmachungslager der Lebensraumkinder sprechen Soweit ich weiß, gehören sie zu den Kindern, die als Babys von den Nazis in den Kinderheim nach Sachsen gebracht wurden Entschuldigung, aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit Das ist eine Zeit, an die wir nicht so gerne denken Der Katrin, die nicht öfter hat den Komet Der Mann, mein Gott, habe ich es geliebt, dass mein Sohn Mama, es ist schon noch nicht, wofür du nicht will warme, du sagst, Mola Hier ist Vera Ich bin in Gefahr Du weißt dieses Problem lösen, alleine Ist es wirklich immer richtig, die Wahrheit zu sagen? Ist es nicht manchmal besser, die Dinge auf sich beruhen zu lassen, als eine Katastrophe auszulösen? Frau Mürda Was führt sie nach Deutschland? Bisher sind sie der einzige Fall, wo Mutter und Tochter wieder zusammengefunden haben Ja, ich finde es, hat es gar wahre mehr, vor Höring und Herr Sobach Du wirst deinem Mann sagen, dass du einen anderen liebst und mit ihm das Land verlassen wirst Und wenn ich es nicht mache? Und wenn es nicht kalt, dass du einen anderen liebst und mit ihm das Land verlassen wirst, sind wir nicht ? Oder vielleicht ist es nicht möglich, wie das Land verlassen wirst, sind sie die Zeit Vielen Dank.